und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus heute habe ich mal wieder einen hersteller für euch mitgebracht den wir so auf dem kanal noch nicht gesehen haben und zwar es ist Key X-Sync und davon die Boxcanon M1898 aus der Top Gun Reihe die 22, 420, 145 Teile und ein nicht allzu schwieriges Modell laut der Verpackung das Set hat an und für sich keine Funktionen also das kann auch nicht schießen das ist wirklich nur eben eine gebaute Deko wenn wir uns das ganze dann noch anschauen von der Verpackung ist die relativ schlicht gehalten aber würde ich sagen zum Thema passend auf der Rückseite sehen wir nochmal die Waffe aus einem anderen Winkel und wie sie auf einem Stand steht vertrieben wurde das ganze über Modbricks da ist natürlich ärgerlich dass die Verpackung so aussieht wie sie eben hier angekommen ist die Teiltüte habe ich euch schon mal geöffnet es sind jetzt nicht allzu viele Teile aber ich wollte direkt mal die Platten anfassen und die Steine anschauen wie sie sich anfühlen und die Plate fühlt sich soweit gut an und auch das Verbauen der Steine fühlt sich zumindest nach den ersten Versuchen gut an ob sich das so bestätigt werden wir noch sehen und diese kleinen Dekopatronen wollte ich euch noch zeigen ist ein ziemlich schönes Teil als Deko für so eine Waffe und leider haben wir so eine Field Cheapness Anleitung dabei es ist eine Auffaltanleitung ja für die Setgröße reicht es aber man fühlt sich natürlich schon besser wenn man eine kleine Klammer gebundene Anleitung hätte und insgesamt haben wir 16 Bauschritte das heißt der Bau geht hier auch relativ flott voran ansonsten wird hier ausgegraut was schon gebaut wurde was neu gebaut wird wird in Vollfarbe dargestellt und es ist zumindest von der Papierqualität und der Druckqualität in Ordnung also ich habe schon schlechtere Auffaltanleitungen gesehen aber es gibt natürlich auch wesentlich besseres ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen ich gehe davon aus ich baue direkt die gesamte Waffe fertig es sind ja wirklich wenige Bauschritte und dann reden wir wie immer über die Teilequalität ob der Bau an und für sich Spaß gemacht hat ob mir das Ergebnis überhaupt gefällt und so weiter und so fort wir sehen uns dann gleich mit der fertigen Waffe wieder und fertig ist die KX-Sink Mauser C96 wenn wir uns das Ganze anschauen ist das ungefähr in einer 1 zu 1 Größe das kommt ganz gut hin wir haben einmal die Waffe an sich und eben den Stand der Stand erfüllt seinen Zweck insofern dass die Waffe damit stehen kann ich finde ihn aber viel zu klorbig und ich werde den wenn ich mir die irgendwo hinstelle auf jeden Fall nochmal ein bisschen dünner bauen und das Ganze wird auf zwei Noppen gehalten das heißt man kann es auch leicht abnehmen und eben auch wieder aufsetzen ansonsten sage ich es schon mal vorweg man muss bei dieser Mauser hier sehr aufpassen wie man sie anfasst denn es ist nicht die stabilste Konstruktion und es sind auch nicht die stabilsten Teile es sind nicht die schlechtesten für den Preis von 8,95 Euro ist das auch okay also das kommt nicht an schlechte alte Slubansets ran aber es ist auch nicht wirklich super stabil nehme ich jetzt nicht so sehr übel es ist eine Deko-Waffe aber trotzdem haben wir auch ein paar Funktionen wir haben den angedeuteten Trigger da passiert natürlich nichts dann hinten den Hebel zum Spannen und die Zielvorrichtung für weitere Distanzen ist zumindest leicht angedeutet ich denke es gibt auch relativ viele Fans von dieser Mauser als eine der ersten Selbstlade-Waffen und es ist natürlich eine sehr geschichtsträchtige Waffe die in beiden Weltkriegen eingesetzt wurde kurz zu der Frage ob ich es nun okay finde dass Waffen aus Klemmbaustein gebaut werden das ist ja immer noch so eine große Debatte und ich muss selber sagen so als Deko finde ich es auf jeden Fall in Ordnung ich brauche es aber auch nicht unbedingt ich schaue mir aber natürlich gerne neue Hersteller und Set-Ideen an und zeige sie euch auch gerne ob ihr das Ganze kauft ist ja dann eure Entscheidung wer es mag, kann es kaufen wer es nicht mag, muss es nicht unbedingt kaufen und es muss ja auf jeden Fall für sowas auch einen Markt geben sonst würde es nicht von den Herstellern hergestellt werden und das machen ja nicht nur solche exotischen Hersteller sondern eben auch Pandos, Kada und andere ich habe ja schon gesagt das Baugefühl und die Klemmkraft könnte besser sein also hier ist auch sehr viel Wobbel gerade hier vorne in dem Bereich das wobbelt mir viel zu viel rum das Ganze ist nur an so einem Technik-Pin mit Noppe befestigt und auch am Griff sollte man vorsichtig sein der geht auch sehr sehr schnell ab der hängt zwar an sechs Noppen aber dort ist wieder die Teilequalität eben nicht die beste wir haben auch zwei Prints einmal auf der Seite dasselbe nochmal auf der anderen Seite die Printqualität ist in Ordnung aber vom Aussehen haben die Steine eine große Schwäche einmal ist die Farbtreue im Braun nicht besonders berauschend und diese Steine hier schießen den Vogel ab die sind sehr sehr zerkratzt und so sollte ein Stein nicht aussehen neben dem Stand und der Mauser sind dann noch diese Patronen dabei die bauen wir zusammen aus drei Teilen und als Deko finde ich die auf jeden Fall in Ordnung damit kann man auch so ein bisschen den Stand schmücken dadurch ist er zwar immer noch sehr klobig aber nicht mehr so hässlich wie vorher ja und letztlich muss man sagen das Ding ist natürlich ein Spartenprodukt wer auf so etwas als Deko steht hat auf jeden Fall seinen Spaß damit der Bau war auch entspannt es gab keinen Fehler in der Anleitung es ging auch sehr schnell voran natürlich ist so eine Auffaltanleitung trotzdem nicht mein riesen Favorite von mir gibt es also eine Kaufempfehlung für Leute die eben so eine 1 zu 1 Darstellung einer Waffe als Deko cool finden wer natürlich großartige Funktionen oder die beste Teilequalität sucht wird hier enttäuscht und man wird auch enttäuscht wenn man es nicht leiden kann dass man bei einem Set aufpassen muss wo man es anfasst wenn man es mal zur Seite stellt oder ähnliches denn hier muss man definitiv aufpassen dass das Ganze nicht irgendwo auseinander fällt davon abgesehen liegt sie ganz gut in der Hand so wird sie aber bei den wenigsten genutzt werden also für den Fall dass ihr auf sowas steht kann man sich das für knapp 8 Euro mal anschauen man muss aber natürlich mit solchen kleinen Einschränkungen dann klarkommen für alle die etwas anderes als Deko suchen ist das Set aber nichts wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt dann schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare würde mich wie immer sehr interessieren und ohne eine riesen Debatte wieder aufzumachen könnt ihr auch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben was ihr von solchen 1 zu 1 Waffenabbildungen aus Klemmbaustein haltet wie gesagt meiner Meinung nach soll jeder das bauen woradurch er glücklich wird ich würde es jetzt nicht einem kleinen Kind zum aufbauen geben aber es gibt eben auch das große 18 plus Segment bei Klemmbaustein wenn euch dieses kleine Video gefallen hat könnt ihr auch wie immer gerne einen Daumen machen und ein Abo dalassen um in Zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag haut rein und ein Ballybrick Musik